Ach, der fährt hier rum? Fährt durch ein Schild durch? Das wusste ich nicht. So, gut, gut. Achso, ich wollte mir mein Handy noch stellen, aber das mache ich drinnen. Weil ich habe in einer Aufnahme hier zuvor, die war ja unter... Was macht ihr denn? Ah, Nobel Buß willst du mir andrehen? Was ist denn Buß? Ach, Schnaps, wa? Ein Bier, 8 Mark. Also MK, ich denke mal, da ist hier die Währung und vielleicht auch Mark dazu, weil es ja passt, weil es ja passt. Was haben wir hier oben? Einen Kaffee und einen Wodka-Shot. Ja, da ist wahrscheinlich der Buß. Da unten haben wir noch was zu essen. Ja. Komm, dann gib mir was zu essen. Ja, ich glaube, da musst du erst nehmen angehen. Und dann ranholen. Was haben die denn vor? Der hat einen Schweißfleck unter der Achsel. Oh, da bist du ja schon wieder. und gib mir mal einen Kaffee, bitte. Oh, den holst du unter der Ladentheke vor? Kann ich da mal rüber gucken? Gut, alles klar. Danke dir. Ich schwingel mir hier an den Tisch ran. Zack, da sind wir gesteckt. Was macht ihr? Wir Ferkeleien da. Ich habe keine Ahnung, was die machen wollen. Oh, das sieht auch ungesund aus, wie du dir deinen Arm da verhängst, Junge. Ah, ich werde mal hier platzen. Derweil. Und Speiseln bis Kinn. Speiseln. Oh, das ging aber schnell runter, du. Das hat richtig lecker getan. Für den Preis ist das echt okay. Und ich habe 6.492 und 90 Cent oder Pfennig. 6.492 Mark und 90 Pfennige. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Du willst, obwohl du willst 25 Mark für das Habermat daheim. Aber du kriegst hier auch Easy-Geld, muss man dazu sagen. Du bekommst hier auch Easy-Geld ab. Oh, so ja, die Kaffee-Tassi haut da weg. Gemacht, meine ich. Gemacht. Geld gemacht. Da liegt eine Kaffeepulle. Eine Bierbuddel da unter. Was habt ihr denn überhaupt vor hier? Weiß nicht. Ich glaube, die wollen Armdrücken machen oder was? Das muss ich dir noch bezahlen. 7 hast du da auf die Tasse stehen. Brauche ich Norbert? Nee, Norbert. Doch, ich habe du nicht. Ach, der Kaffee. Ach, der Kaffee, der gibt sogar... Ist wie bei den Sims. Der gibt sogar Ausdauer wieder. Das ist ja cool. Na, dann gib mir mal ruhig noch zu ihr. Stellst du ihn jetzt in den anderen hinein oder was? Wie locker er das davor holt, ja. Danke dir, danke dir. Und immer sieben. Da machst du bestimmt... Ja, ich nehme mal noch ein. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob er jetzt automatisch abzieht oder ob ich das dann später nochmal bezahlen muss. Nee, jetzt zieht er automatisch runter. Vom Kontostand oben. Okay. Größer. Ah, kriegst du nicht gedreht. Da Musik. So, da ran. Genau. Das ist auch der Song, der immer beim Ableben dann gespielt wird, was wir da gehört haben mit der Zeitung da vorhin. Und Handy wollte ich mir stellen. Genau. Weil, habe ich es gesagt gehabt, eine Stunde 35 hatte ich runtergerissen, hier in der Aufnahme zuvor. Da, wo wir ja unterbrechen mussten, weil ich hätte da echt dazu keinen Bock gehabt, jetzt da nochmal hinzulatschen und extra ein LK wieder irgendwie rauszuzotteln mit dem Van oder so. Nee, nee, nee. Ey, manchmal kommt echt beschissener, als du denkst, ja. Wo habe ich denn hier sowas wie eine Stockuhr? Ja, ich kenne mich hier noch nicht so gut aus mit diesem Teil. Welche Stockuhr? Ja, was ist denn jetzt stark? Oh, nee, macht mal gut. Wir machen mal einen Timer. Wir machen mal... Wenn wir... Wir hatten ja drei Stunden vorher, jetzt sind schon zehn Minuten in dieser Aufnahme rum. Dann machen wir mal... Ähm... Ja, unsere drei Stunden... 20 Minuten vorher. Das wären ja dann... Eine Stunde wären wir bei 2,35. Dann mache ich mir hier schon mal eine Stunde bei Stunden. und ähm... 2,35 macht 25, dann sind da drei. Plus 20 macht 45, ne? Das müsste hinkommen. 45 müsste hinkommen. Stunde 45 Minuten für zehn Folgen. Ja, müsste so funktionieren. Okay. War doch richtig, ne? Stunde 35 macht zwei Stunden 35. Plus... Plus 25 macht drei Stunden. Plus 20. Ja, ja. Haut hin. Haut hin. Da ist er erst, der Tobi. Im Kopfrechner. Und ich habe mir hier natürlich auch selbst was zu trinken hingestellt. Mal gucken. Ich glaube, hört man durch das Mikrofon auch. Oder dies? Passend zum Spiel. Ein Pils. Jetzt habe ich schon den ersten Schlupf von genommen. Ohne Prost zu sagen. Prost. Da wäre noch ein bisschen. Nochmal hier in mein Glas eingießen. Kießen. Ne, Glas ist das ja nicht. Das ist ja ein Becher. Und da war... Ja, da war vorher wieder was Süße drin. zu trinken. Und schon scheint das mir los, Junge. Gut beobachte ich mal. Beide. Jetzt will ich doch mal gucken, ob der tatsächlich auch hier... Doch, der gibt wieder. Ach du Kacke. Äh, was heißt ach du Kacke? Das wusste ich so noch gar nicht. Du kannst hier... Direkte mal... Ähm... Zurück erlangen. Deine... Deine Ausdauer mit Kaffee. Durch Kaffee. Das wusste ich echt nicht. Muss ich mal im Laden drauf achten, ob da... Da auch Kaffee gibt. Sonst würde ich mir... Ja, wenn es das gibt, doch liebend gern immer was mitnehmen. Auf irgendwelche Reisen. So, willst du die eigentlich wieder haben, die Tassen? Oder wie? Mal gucken. Da sagt er nix. Da sagt er nix. Und er krabbt da draußen immer noch unter mein LKW rum, so wie er sie dort anhört. Wir werden mal rausgucken oder werden wir nochmal... Da, warum denn nicht zocken? Oh, nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück ein bisschen. Ähm, dann hauen wir mal rein. Wie viel hauen wir mal rein? Ähm... Ach nee, dann müssen wir gerne da oben machen. Da kommen 10er. Ähm... Und wie viel spielen wir? Um eins? Zwei? Also zwei kostet das dann zwei Mark pro Spiel. Hier drei Mark pro Spiel. Und ich glaube, bei drei Mark, da zählt so diagonal. So diagonal. So quer rüber. Und ich glaube, hau ich da vier? Wie hoch geht denn? Bis fünf. Ja, haben wir fünf, dann zählen die auch so. Also in der Mitte ist normal, aber dann eben auch unten. Quer rüber. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Was los? Oh, wir haben was gewonnen? Zehn? Warum? Wo denn überhaupt? Ich hab keine Ahnung wo. Ach so, bestimmt wegen der Münze schon alleine? Zwei. Gibt die Münze alleine. Die Münze gibt zwei alleine. Der haut mit unserem LKW ab. Ich hab' nicht aufgefallen. Eben im Augenwinkel hier irgendwas bewegt. Den sollten wir mal schnell abholen, ja? Lass mal mein LKW hier stehen, Junge. Ja, der will da rum und dann ab nach Hause. Ich glaube, der wohnt hier hinten in der Straße irgendwo. Mann, Mann, Mann. So, Bremse anziehen. Dann kannst du abdampfen hier. Der hat doch auch eine Bassmucke an, Junge. Ach, nee, nee, nee. Gut, gut. Gehen wir mal wieder rein und geben unser Restgeld da auch nach Hause am Automaten. Und dann ab nach Hause, würde ich sagen. Dann doch ab nach Haus. Oder stellen wir uns was fest? Was gibt denn? Ich weiß leider nicht, wer diese Gestalten auf den Bildern sind. Kann ich denn hier dichter ran gucken? Ach, nee, kann ja auch Steuerung lücken. Ähm, weil die können hier ruhig was feststellen. Die Münze, die gibt am meisten. Ja, dann lass mir mal die Münze behalten. Oh, die kann ich nicht behalten. Warum? Naja, gut. Nix. Nix, 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 nix. Und was haben wir denn da überhaupt für... Der Auszahl-Button war das? Oder wie? Der ist schon wieder ran. Ich sehe hier bloß immer Blitzen in der Ecke. Wo kriegt denn meine Asche her? Wo kriegt denn meine Asche her? Aber kriegst du da nicht raus? Aber kriegst du da nicht raus irgendwie? Irgendwie nicht, irgendwie nicht. Na gut, dann lass uns abdampfen hier. Ab nach Hause. Macht's gut. So. Macht's gut. Ich weiß, nix, nix. Obwohl das andere Zeugs liegt. 4 mal 11 Gramm. Also 4 so eine Dinger sind da drin. Und ich kann hier mit nix machen. Ja, vielleicht im Ofen reinhauen. Aber ich hab keinen Ofen zu Hause, glaube zumindest. Vielleicht nur noch nie aufgefallen jetzt. Mit einem neuen Patch oder so. Weil, ja, die Backware oder was da da ist, das ist mir vorher im Laden auch noch nie aufgefallen. Das muss auch neu hinzugekommen sein. Deswegen hab ich's mitgenommen, weil ich das mal ausprobieren wollte. Und wie gesagt, das war ja in einer Plastiktüte verpackt. Und da hatte ich's zuvor auch noch nicht probiert gehabt, da zu essen im Laden oder so im Store. Nun gut, was haben wir denn da unter noch liegen? Nix. Nee, das ist nix. Okay, hier drin ist also nix mehr von dem Zeugs. Und wenn, dann ist das auch egal. Wenn, dann ist das auch egal. Wir wollen jetzt erstmal nach Hause. Dazu muss er erstmal ein bisschen vorglühen, ne? Ich weiß aber nicht, welche Kontrollleuchte das ist. Und was danach so Druck war. Druck doch! Oh, doch, der springt an. Springt an! So, der war hier mal ein bisschen was an Bier. Nachgießen! Oh, Mann, dann schäumt er mal hoch. Ist doch nicht wahr. Und den Controller holen. Wo bist du da? Und dann Abfahrt! Oh, Licht haben wir auch vergessen. Zack, ruhig mal die große Leuchte an. Das stört hier, denke ich, niemanden. Das ist jetzt ein bisschen schief drin. Wieder! Was blitzt denn hier so? Wieder jemand verunfallt oder sind das hier die Straßenlaternen? Ja, und hier, hier war ich ja dann eben auch gerade auf dem Nachhauseweg. Ich war bloß zuvor nicht in dem Pub drin, als wir hier gestartet haben mit der ersten Folge im Store. Äh, im Store. Im Special. Da war ich ja hier auch gerade auf dem Weg nach Hause gewesen. Ja, kacke, dass wir jetzt das nicht mehr haben. Also, dass die Pakete oder so was da angekommen sind. Aber werden wir ja hier auch noch alle hin. Der ruft ja dann gleich auch noch mal an. Ja, so eben, wie gesagt, erst den Brief dort reingeflaggt im Kasten. Und werde mir dann erstmal auf Drohauen zu Hause. Was leuchtet denn da vorne? Ach so, auch Straßenlaternen, okay. So, hier müssen wir rum. Dann hier mal ein bisschen was vorsichtiger auffahren. Auf dem Weg. Na, hier ist es ja noch nie. Hier ist ja immer noch Asphalt. Aber hier vorne kommt gleich ein Abzweig. Und dann sehen wir auch gleich den Riesenhügel von der anderen Seite. Dann eben die Askeierkurve. Oh, da fährt sogar jemand. Ich glaube, hinter dem war ich auch her. Hier am Anfang der Aufnahme, am Anfang der Aufnahme, am Anfang der Spatials. Herr Tobi, der kriegt es nicht hin. Ja, und dann kommst du hier hoch und hier musst du auch aufpassen, weil hier geht es steil rum. Ich wollte mich eigentlich zurückhalten, aber bin da unten wieder bei 70 Klamotten hier auf dem schmalen Pfad. Junge mit so einem dicken Brummi. Oh, nee, 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 nee. Oh, Junge, Junge. Ich muss doch gleich mal husten. Gibt es denn sowas? Wie er da drinnen sitzt. Ich glaube, er trinkt auch manchmal was, oder? In seinen kleinen grünen Flitzer. Oh, ich triff dich an schön mit dem Truck hier, mit dem Brummi. Ah, jetzt regnet es hier. Das hatten wir zuvor nicht. Also ist das Wetter hier anders wie in Minecraft tatsächlich random. Komplett. Doch, der trinkt was. Eben hat er Arm gehoben, Junge. Da ist tatsächlich der Rübel. Der ist mir öfter schon aufgefallen im Spiel hier. Ich habe jetzt, ich habe vorhin noch nachgeguckt, da waren es, glaube ich, so um die 45 Stunden im Spiel runter. Und da, ja, da ist ja mir schon das ein oder andere Mal aufgefallen, eben der alte Schluckspecht. Und das ist natürlich der Alkohol, den er da in der Hand hat. Obwohl man jetzt gar nicht so genau sieht. Die kann ja mal ein bisschen dichter ran an den kleinen 500 da. Und hier aufpassen, hier lag ja unser, unser, äh, wenn drinnen. Wie er da drinnen sitzt, ey. Oh, nee, 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 nee. War aber nicht lange der Regen. War aber nicht lange. Echt mal, ich bin drauf hängen geblieben. Die, die Unterbrechung hier, die war jetzt ein bisschen was länger. War noch auf dem, auf dem Örtchen selbst mal schnullern gewesen. Nicht nur hier hingegen. Und mir ging das echt nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt, äh, die Zeit über, ja, in der Pause. Ähm, was ich denn jetzt überhaupt mache zu meinem Geburtstag, weil... Ihr habt nicht irgendwie vor, irgendwie groß zu feiern. Aber wenn das Wetter mitspielt, dann könnte man auch grillen. Ey, darauf hätte ich ja mal wieder Bock. Richtig leckere Burger zu machen. Zum Beispiel, ey, Johnny Burger mit Hondi Bacon. Das sind doch leckere Teile. Mal gucken, mal gucken. Vielleicht mache ich das ja. Vielleicht frage ich mal. Ja, was weiß ich, die Sani oder so, die hat einen schicken Garten. Ob wir da nicht mal eine Runde grillen wollen. So ein kleiner Kreis, muss ja nicht so ein Riesenkreis sein. Weil so riesig gefeiert habe ich lange nicht mehr. Lange, lange, lange nicht mehr, ja. Den eigenen Geburtstag. Ansonsten bei anderen natürlich immer, ne. Bei anderen natürlich immer. Da machst du immer Stimmung irgendwie. Und ich denke mal deswegen. Deswegen feiere ich meine eigenen Geburtstage nicht. Weil mir alles andere schon ziemlich auslastet an Feierei. Hahaha.